Aber trotzdem, es hat ja einen emotionalen Wert. Aber jetzt zeige ich euch mal die Wahrheit. Und schaue doch meinen Ring an. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wie man sieht, ich bin gerade schon auf dem Sprung eigentlich raus. Wollte eigentlich zur Post und nochmal zur Teddy fahren. So ein paar Sachen holen für Weihnachtsgeschenke einzupacken. Das übliche Geschenkband und Papier. Entschuldigung, falls sich meine Stimme irgendwie ein bisschen komisch anhört. Ich bin total verschleimt, voll Heizschmerzen. Aber ich wollte beim Teddy und alles, ich weiß nicht, irgendwie ein paar kleine Tütchen, so Krimskrams zum Einpacken, was es irgendwie alles so ein bisschen schöner aussehen lässt. Und ich war schon gerade fast raus und dann ist mir eingefallen, die Kamera könntest du ja immer wieder mitnehmen. Deswegen habe ich euch jetzt noch ganz schnell gerade geholt. Ihr habt 43% Akku, das sollte gehen. Und ich muss, wie gesagt, vorher noch bei der Post vorbei, einen Brief wegbringen. Nachher, wenn ich wieder zu Hause bin, muss aufgeräumt werden und die Wäsche gemacht werden. Aber das erledigen wir später. Jetzt fahren wir erstmal los. Und ich nehme euch mit. So ihr Lieben, falls ihr euch jetzt fragt, was hier so tickert, das ist die Warm-Blink-Anlage. Ich stehe gerade vor der Post, aber die hat noch nicht offen, weil die erst, eigentlich jetzt, 14... Moment, 14 Uhr, jetzt sollte sie aufmachen. Aber der nette Herr da drin, der wuselt noch rum und macht nicht auf. Deswegen sitze ich hier noch ein bisschen im Warmen. Aber ich glaube, er macht jetzt auf, deswegen steige ich mal aus. So, und genau jetzt... Oh Gott, ich hänge... Sehr süß, ich hänge fest. So, genau, gerade bin ich wieder zu Hause reingekommen. Ich war einige Zeit unterwegs, auch wenn das für euch jetzt gar nicht so rübergekommen ist. Aber... Sekunde, einmal... Es hat doch länger gedauert, als ich gedacht habe. Und ich wollte euch jetzt einmal ganz kurz zeigen, was ich so ergöttern konnte. Moment, ich muss einmal hier wieder richten. So, und zwar ist das hier meine Ausbeute. Ich habe noch einmal hier die Post mit hochgebracht. Das ist jetzt uninteressant. Ähm, so sieht das Ganze aus. Ja, das ist jetzt nur ein Wäschekopf. Wir haben mal wieder einen neuen gebraucht, weil unserer... Also wir haben mehrere, aber einer davon ist hier so gerissen und den kann man nicht so gut benutzen. Hier habe ich jetzt einmal, ähm... Ja, wie nennt man das? Äh... Eik-Neuel. Ah, okay, interessant. Davon welche geholt. Ich fand die Farben voll schön. Dann hier ganz viel Geschenkpapier. Ich weiß, das sieht nicht wirklich weihnachtlich aus. Und auch einmal hier, ähm, durchsichtig. Aber ich weiß nicht. Ich finde diese, wo so Weihnachtsmänner und so drauf sind, immer gar nicht so schön. Beziehungsweise gab es da jetzt gerade nicht so schöne. Deswegen habe ich sowas geholt. Dann einmal hier diese, ja, kennt auch jeder, diese Penüppel, die man da auf die Geschenke drauf machen kann. Fand ich voll süß. Hier einmal Sticker. Ich weiß, mega kitschig, aber ich fand das so süß. Wenn man zum Beispiel einen Brief schreibt und dann einfach nur, ich weiß nicht, hier so einen kleinen Weihnachtsmann, kann man das jetzt erkennen, ja, drauf klebt. Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie total cute. Und das sind so viele, die kann man noch über zehn Jahre verwenden. Fand ich süß. Diese Karte, ich weiß, herzlichen Glückwunsch, passt nicht, brauchte ich aber für was Selbstgebasteltes. Und ich sehe gerade, ah, nee, doch nicht. Oder eventuell die, ich wusste nicht, welche Größe. Kann ich euch auch später, ähm, mal zeigen, was ich damit gebastelt habe. Das kommt beiseite. Und dann hier noch so, ja, keine Ahnung, irgendwie Sticker. Also einfach, um Geschenke hübsch zu verpacken. Und das Jahr habe ich noch gefunden, 2019 Happy New Year. Fand ich es cool für unsere Silvesterparty. Ich dachte mir nicht zum Essen, sondern für, weiß ich nicht, Chips draufzulegen, Gummibärchen. Weiß es nicht. Einfach cute gewesen. Ihr kennt das bestimmt sicher als Frau. Man findet irgendwas süß und es kommt direkt mit, ob man es braucht oder nicht. Jetzt aber, bevor ich irgendwas anderes mache, muss ich die Küche aufräumen. Das ist alles gespült. Muss nur eingeräumt werden. Das aber nicht. Ich hatte gestern Abend, ich glaube, um elf oder zwölf Uhr so unfassbar Hunger auf Nudeln mit Tomatensahne-Soße. Ja, und das ist übrig geblieben. Hm. Und ich muss ganz, ganz dringend mir eine heiße Zitrone machen. Ich habe so Halsschmerzen. Wollte ich aber gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass ich ganz, ganz dringend Wäsche mache. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich muss ganz, ganz dringend Wäsche waschen. So, das muss ich machen, genau. Und ich habe irgendwie Lust, nochmal Plätzchen zu backen. Unsere Plätzchen sind schon alle weg, die wir letztens gebacken haben. Ich muss Kobi mal überreden. Schreibt mal alle Hashtag Plätzchenbacken in die Kommentare. Vielleicht macht er es dann nochmal mit mir. So, und jetzt räume ich erstmal auf. Das ganze Chaos hier und melde mich wieder, wenn ich ein bisschen... So sieht das Ganze jetzt hier aus. Es ist einige Zeit vergangen und ich habe hier schon mal so ein bisschen gebastelt. Meine ganzen Hände. Ich weiß nicht. Moment. Kann man das da sehen? Und ich habe überall an meinen Händen jetzt... Hier, wie heißt das? Sekundenkleber. Total eklig. Aber ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was gebastelt. Ja, aber für wen und wie und was das ist, sage ich nicht. Weil es kann sein, dass diese Person dann hier zufällig den Vlog schaut. Deswegen lasse ich das. Kann euch aber sehr gerne sagen, was das geworden ist, wenn Weihnachten vorbei ist. Genau. Jetzt ist vorhin noch ein Paket mit dem Postboten gekommen und eins für den Nachbarn. Also auch Geschenke drin. Aber ich kann nichts zeigen, weil ich weiß, dass unsere Familie auf jeden Fall unsere Vlogs huckt und beziehungsweise unsere Videos schaut. Ich gehe jetzt hoch. Ich mache mich fertig. Also ich bin eigentlich schon fertig. Ich mache nur noch meine Haare ein bisschen hübsch. Weil wenn Corby gleich von der Arbeit kommt, müssen wir auch schon fast direkt wieder los. Wir treffen uns nämlich heute mit dem Igor, dem wir... Was? Letzten Vlog? Ja, ich glaube, letzten Vlog hatten wir ein Gespräch mit ihm gehabt. Ja, ich glaube, das war vielleicht der letzte Vlog. Und heute treffen wir ihn. Er kommt quasi aus London hierhin. Jetzt nicht nur wegen uns, aber auch wegen seiner Familie. Aber wir treffen uns dann... Sekunde so. Wir treffen uns dann gleich mit ihm in der Losteria. Lecker, lecker. Da wird lecker was gegessen zusammen. Und dann wird noch ein bisschen was gequatscht, ein bisschen was besprochen. Und ich bin total außer Atem. Am Treppenlaufen. Sehr unsportlich, Mone. Aber egal. Ich werde mir jetzt ganz kurz 30 Sekunden hier aufs Bett legen. Dann werde ich versuchen, mir irgendwie diesen Sekundenkleber vom Daumen weg zu machen. Weil das ist ein so unangenehmes Gefühl. Und dann werde ich meine Haare machen. Genau. Übrigens habe ich alles hier aufgeräumt. Schaut her, schaut her. Alles sauber. Alles sauber. Schwingtisch sauber. Glätteisen liegt da nur noch, weil ich gleich meine Haare mache. Hier lang. Alles sauber und alles aufgeräumt. Da stehen jetzt nur noch die Wäschekörbe, aber sonst. Und das Badezimmer. Oh, das Fenster muss ich zumachen. Ist kalt. Auch alles aufgeräumt. Wuhu. Guck dir, wie es hier aussieht. So sieht sie übrigens aus, wenn wir euch den ganzen Tag beim Vloggen mitnehmen. So, Fenster zu. Ist kalt. Man fühlt sich gut, wenn man alles so aufgeräumt hat. Aber jetzt zeige ich euch mal die Wahrheit. Jetzt steht alles hier. Das ist alles Müll. Das kommt runter. Das kommt runter. Müll. Spülmaschine. Runter. Runter. Ja. Hallo. Ich bin jetzt auch da. Von der Arbeit zurück. Hallo. Ich habe mich gerade fertig gemacht und jetzt sind wir mit dem Igor, mit dem wir im letzten Vlog den Termin hatten, sind wir jetzt verabredet. Er ist aus London hergeflogen. Ah, Neuigkeiten. Wie Neuigkeiten. Ich wollte schon alles erzählen. Ah, okay. Interessant. Danke dafür. Neuigkeiten, Baby. Interessant. Okay, das wusste ich natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall fahren wir da jetzt hin, würde ich sagen. Oder, Schatz? Alles okay? Willst du dir nicht lieber einen Schal anziehen? Ja, aber es matcht nicht so gut, wenn man hart wird. Aber ich kann gucken, ob ich mir gerne einen Haft oder zu passen. Brrr. Ja, willst du, mein roter Schal passt nicht dazu, weil hier ist so ein bisschen, ne, drinne? Okay, such dir aber auf jeden Fall einen aus. Ja, ich auch. Und wir fahren jetzt los. So, wir sind jetzt nach Hause gekommen, wie man gerade merkt. Beziehungsweise, wir kommen gerade nach Hause vom Termin mit Igor. Liebe Grüße gehen raus an der Stelle. Weil wir wissen jetzt, dass er das letzte Video geguckt hat und er uns gerade darauf angesprochen hat, dass wir es süß fand, dass wir ihn gegrüßt haben. Liebe Grüße gehen raus. Ja, aber wir konnten da jetzt natürlich nicht filmen, weil war ein Termin und der Igor ist auch so ein bisschen undercover unterwegs immer, ne? Deswegen, ähm, wie Batman. Wie Batman. Deswegen konnten wir das jetzt nicht filmen, aber ich denke, das nehmt ihr uns nicht übel. Aber es gibt leider so ein bisschen schlechte Nachrichten, weil irgendwie ist heute ein großer Pechtag für Mode. Ja. Aber das erzählen wir euch gleich. Wir müssen jetzt nämlich ganz, ganz kurz noch ein bisschen was machen und dann setzen wir uns gleich mit euch hin und erzählen euch kurz, was hier passiert ist. Okay, wir haben alle Nacharbeiten vom Termin erledigt. Und jetzt müssen wir euch kurz erzählen, äh, bevor es gleich weitergeht. Wir haben übrigens 23.16 Uhr und ja, unser Tag ist noch nicht beendet. Morgen aber um 36 Uhr wieder aufstehen. Genial. Also richtig nice. Aber wir müssen gleich nochmal los nach Köln. Das ist richtig verrückt übrigens. Wir machen es gerne auf jeden Fall. Aber erzählen wir gleich alles. Jetzt erstmal so den Pechtag seit, glaube ich, also seit Jahren. Also wirklich so ein Pech hatten wir schon lange nicht mehr. Also ihr wisst ja alle, dass Mono und ich Partnerin haben. Wir fangen mit der nicht so traurigen Sache an. Hiermit. Achso, okay, ja. Ihr wisst ja alle, wir haben uns eine Apple Watch gekauft. Beide. Viele von euch wissen es wahrscheinlich, wir beide. Vielleicht aber auch einige nicht. Wir haben es auf jeden Fall getan. Und wir waren gerade eben in der Lasteria essen und wer weiß, eine Lasteria hat Steinwände. Ja. Und ich saß neben dieser Steinwand. Es ist nicht, es ist nicht schlimm. Es ist aber ganz... Ja, aber gut, es ist halt, wenn man, wenn man was... Ich weiß nicht, ah... Warte mal, kriegt man das überhaupt drauf? Ja, so müsste man... Aber ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Warte. Nee, kriegt man nicht drauf. Es ist wirklich nur mini, mini mal. Es ist halt ein Katscher drin. Ja. Also gut Deutsch. Es ist ein Katscher drin. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und das ist wie, wenn ihr ein nagelneues Handy habt quasi. Und dann auf einmal das erste Mal es fällt runter und bam, Katscher. Ist natürlich nichts Dramatisches, ne? Es gibt Schlimmeres im Leben, aber nervig ist es trotzdem. Und es zählt halt zu diesem Pech-Tag einfach dazu. Kommen wir aber zu dem Hauptgrund, warum ich heute sehr extrem traurig bin. Und zwar saß ich vorhin auf Toilette und da ist mir aufgefallen... Ja, jetzt die Vorgeschichte. Jetzt wollte ich ja die Vorgeschichte erzählen. Also, ihr wisst ja, dass wir Partnerringe haben. Das heißt, ich habe meinen Partnerring hier. Den kann man... Der sieht so aus ganz schlecht. Und Mona hat ihren Partnerring. Gib mir den mal schnell. Hier diesen Ring. Der hat hier so Steine. Wie man sieht, der hat hier Steine. Und das ist halt ein relativ filigraner, dünner Ring. Wir haben uns die Partnerringe damals gemacht. Und das ist natürlich... Da steckt ein sehr großer emotionaler Wert hinter. Weil das war so für uns die ersten gemeinsamen Ringe. Natürlich sollen da hoffentlich noch welche folgen, wie Verlobung und Hochzeit und so. Aber trotzdem. Es hat ja einen emotionalen Wert. Und wir haben uns den beiden zusammen gegenseitig zum Geburtstag geschenkt. Und es... Ja, dieser Ring bedeutet mir einfach viel. Und dann saß ich halt voll auf der Toilette. Und habe so eher nichts nachgedacht und schaue noch meinen Ring an. Und ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ja, man sieht es. Es fehlt ein Stein. Ja. Und ich weiß nicht, wann er abgefallen ist. Ich weiß nicht, wie lange dieser Stein schon weg ist. Aber er ist weg. Und das macht mich sehr, sehr, sehr traurig. Natürlich kann ich mir da jetzt einen neuen Stein reinmachen lassen. Ist ja auch gar kein Problem. Abgesehen davon, dass das mit Sicherheit schon mal teuer wird. Weil wir schon mal... Also wir haben die Ringe von Christ. Und wir sind schon mal bei Christ gewesen. Und wollten uns die Ringe nur polieren lassen. Damit die nochmal schön glänzen und alles. Und schon das hat 50 Euro... Also sollte 50 Euro kosten. Haben wir nicht gemacht. Haben wir aber, glaube ich, auch geblockt, dass das so unverständlich war. Haben wir natürlich nicht gemacht. Deswegen will ich gar nicht wissen, was so ein neue Stein kostet. Aber natürlich werden wir das machen lassen. Aber es ist trotzdem irgendwie... Es wird ja nicht derselbe Stein sein. Aber trotzdem. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Es ist irgendwie... Er ist halt auch sehr klein. Also wiederfinden wird man den definitiv nicht. Natürlich nicht. Das ist halt die Sache. Und ich glaube, ihr hört schon... Ich werde auf jeden Fall richtig krank. Mone ist ja schon krank seit jetzt einer Woche. Aber ich werde schon... Ich werde richtig krank. Jetzt vor Weihnachten und Silvester. Wuhu. Richtig cool. Na ja, heute war also nicht so ein genialer Tag. Ich versuche das hier irgendwie auch nochmal wegzupolieren mit so einem Silbertuch. Aber da ist ein Katscher drin. Der wird nicht wegzupolieren sein. Katscher ist Katscher. Also ich bin vor allen Dingen heilfroh, dass... Oh, hallo? Nein. Bei dir auch? Ja, was ist das? Zeig mal. Das wäre jetzt zu witzig. Ich habe den nämlich noch gar nicht so genau angeguckt. Siehst du das, den kleinen Punkt da? So, der kleine Punkt. Boah, der kleine Punkt. Guck dir mal meine ganzen großen Katscher an. Du mit deinem kleinen Punkt. Der hat so ein klick zu kleinen Punkt da drauf. Ja, okay. Aber das war jetzt Rant. Das war ja richtig Zufall jetzt, dass der jetzt... Egal. 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 Ja, war an heute. Ein Pechtag. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind trotzdem gut drauf eigentlich. Ja. Das mit dem Ring ist natürlich blöd. Aber es lässt sich ja dran. Ja, das werden wir dann im nächsten Vlog auch irgendwie euch zeigen, weil wir werden das direkt am Wochenende versuchen zu regeln. Und ich bin gespannt, wie teuer das sein wird. Ja, ich bin auch gespannt. Wirklich. Also das kann ja nicht über 50 Euro kosten. Ich meine, der Ring hat ja... War das 150 gekostet? Genau, 150. 200 Euro. Oh, okay. Herr Kerbel war nicht die Hälfte des... Ja, gut, aber dann rechne das runter auf den Stein. Nee, rechne das runter. Also mehr als 100 Euro, weil wegen Arbeitsaufwand etc. Das kann ja nicht sein. Boah, also dann holen wir dir lieber einen neuen. Dann behalte ich ihn so ohne. Ja, kann ich ja. Er hat ja eine Macke. Genauso wie wir. Ja, der hat auch eine Macke. Jetzt müssen wir los. Ja, jetzt müssen wir aber wirklich los, weil... Wir haben es eilig. Um 23.45 Uhr... Also wenn ihr den jetzt seht, ist der Song schon online und das Video... Wann kommt ihr Video? Um 14 Uhr oder 15 Uhr? Ich glaube 15 Uhr. Aber schon auf jeden Fall mal eine Infobox vorbei. Ja, da solltet es irgendwie schon. Also auf jeden Fall müssen wir uns jetzt beeilen, weil sonst schaffen wir es ein. Wir müssen uns beeilen, wir schaffen uns nicht mehr. Deswegen fahren wir jetzt schnell los. Ich mache hier kurz alles aus. Einmal wird es jetzt dunkel für euch. Zack. Und nochmal. Zack. Ich will deine Boxe hoch. Und nochmal. So, jetzt schnell aber ab dafür. Wir sind jetzt bei Chris und Karina angekommen. Wir gehen jetzt auf. Okay. Grüß dich. Hallo. Carina, bist du eigentlich eingeschlafen? Nee. Lebst du noch? Okay. What's up, bro? Ich wusste es. Ich wusste es. Ganz genau. Ich saß auf Blut. Wenn du den Kuhn. Ich bin auf Blut. Und seid ihr auf Öl. Komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm Herzlichen Glückwunsch. Achso, ja, schnell rein, wir müssen leise sein, schnell rein. Aber man, das will wieder so laut. Mann, 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 ey, immer diese Nachbarn, ey. Herzlichen Glückwunsch! Also jetzt ist Carinas neuer Song online. Wir verlinken euch den auf Spotify in der Beschreibung, könnt ihr mal vorbeischauen. Mhm, danke. Jawohl, genau. Kannst du mich mitnehmen? Ausnahmsweise. Oh, das ist aber ganz lieb. Ich glaube, du bist so... Ja, Mama, weiß ich nicht. Also ich glaube, du bist so die einzige Frau, der ich mein Auto anvertraue und auch anvertrauen würde. Danke. Ja, meine Mama ist immer so ein bisschen... Mama, falls du das siehst, du weißt ja, weil die ist immer ein bisschen kritisch. Ja. Ansonne, bitte. Oh ja, jetzt... Ja, ich bin schon angeschnallt. Das Programm ist wohl kaputt. Hab ich gehört. Mhhh... Ich habe keinen Sinn mehr. Aber ich sage euch ehrlich, Leute, ich bin anfällig für Mandelentzündung. Ja, das ist richtig. Aber das ist dann meistens auch relativ schnell weg, wenn ich hier halt Antibiotikum dagegen nehme. Und ja, zu viel Antibiotikum im Jahr ist auch nicht gut. Aber ich sage euch ehrlich, wenn man die Mandeln raus hat und das sagen euch viele Ärzte halt nicht, gibt es halt andere Risiken, die halt einfach auch nicht so toll sind. Und ich habe lieber nur eine Mandelentzündung als... Was soll ich euch beschreiben? Denn ich habe jetzt Halsschmerzen und habe eine Mandelentzündung. Okay. Aber ansonsten, ich habe eine freie Nase. Mir geht es gut so. Ich habe keine Ohrenschmerzen. Alles in Ordnung. Ich bin also quasi nicht krank, sondern ich habe eine Mandelentzündung. Und mein Hausarzt hat mir gesagt, dadurch, dass ich hier so anfällig bin, kann es sein, dass sobald die weg sind, ich halt alle zwei Wochen krank bin. Kann passieren. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Lieber dann, ja komm, hier, ich nehme mein Penicillin. Drei, vier, fünf Tage später ist es weg. Alles in Ordnung. Cool. Besser so, als wenn ich dann ständig krank werde. Aber wie ihr sicher gemerkt habt, ist der nächste Morgen angebrochen. Und ich werde mich jetzt auf dem Weg zur Arbeit machen. Ich wollte das hier jetzt auch nicht zu lang halten. Ich wollte auf jeden Fall noch den Blog beenden für euch. Also, wenn er euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Gerne abonnieren. Für die Leute, die dieses Video hier schauen und immer noch nicht abonniert haben. Ich glaube, das sind ungefähr meistens so 60 bis 70 Prozent. Abonniere jetzt bitte den Kanal. Unterstütze uns damit. Aktiviere auch gerne die Glocke. An alle, die schon abonniert haben, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Und dann halten wir es kurz. Hier blende ich jetzt nochmal den coolsten Kommentar ein. Du hier, fühl dich gegrüßt. Und danke, dass du uns unterstützt, für uns da bist und Teil unserer Community bist. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog. Im Namen von Mun und mir. Wir haben euch lieb. Versuche jetzt erstmal meinen Hals zu schonen. Bis dahin. Wir haben euch ganz so lieb. Ciao. Und bis zum nächsten Vlog. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.